Norbert, ich bin so bedankbar bei dir. Immer wenn ich fix und fertig nach Hause komme und dann brauche ich richtig schöne Erholung. Dann komme ich zu dir gerne in deine Mama. Aber die Adresse kann ich mir nicht merken. Meine viele Freunde fragen meinen Schauspielkollegen. Ich weiß das nicht. Wer ist der an der Seile oder Saal? Seil 51 in Frankfurt. Weißt du doch, mein Gott. Warst du oft schon genug da? Ja, ohne Navigation kann ich gar nicht machen. Ich bin ein großer Fan von Garmin, aber habe ich nicht. Okay. Guck mal, hier haben unsere Freunde sind da. Guck mal, Dieter. Viviana ist auch da. Grüß dich. Servus. Schön, dass ihr da seid. Weißt du, was er so ein großer Lügner? Er hat gesagt, Viviana kann super gut singen und du bist in Recolis, ne? Ja. Oh, gratuliere erstmal. Danke. Und hast du einmal für sie angerufen? 100 Mal. Mindestens 100 Mal. Sehr schön. Ja. Und du? Ja, ich dachte, du wolltest mich jetzt fragen, wo wir denn in Frankfurt hingehen. Also da sage ich mal im Samam, ne? Und, äh, ja. Nicht Samam, das heißt Hamam. Hamam. Also er weiß nicht. Er kennt sich da besser aus. Und die Adresse weißt du auch nicht. Wie lautet die Adresse? Zahl 51. Ohhhh. Mega. Das ist mega.